Meine liebe Freunde, jetzt in diesem Video wird es haarig, tut mir leid, also ich kann es jetzt auch nicht ändern ich muss jetzt hier mal was ansprechen, womit ich ganz bestimmt dem einen oder anderen auf die Füße treten werde, aber ich kann es nicht ändern, das muss raus und das sage ich jetzt auch und zwar da gestern was gesehen, das hat mich so entsetzt und zwar gibt es jetzt etwas das nennt sich, ich weiß nicht wie ich darauf gekommen bin auf irgendeine ja es muss eine Feminismusseite gewesen sein und da wurde ein Video verlinkt, in dem gesagt wurde, dass das es gibt einen neuen Begriff dafür, bei den Feministen Feministen und oder Feministinnen ja und der heißt Mansplanning da habe ich mich gefragt, was heißt das denn Mansplanning und Mansplanning ja, bezeichnen die Feministen als ungefragtes Erklären von Dingen die der Mann, der Frau erklärt, ohne dass sie danach gefragt hat und da wurde in dem Video darüber gesprochen, dass Frauen ja mehr viel weniger Redezeit haben als Männer und dass es gesellschaftlich ein riesen Problem ist dass Frauen, wenn sie jetzt an einem Tisch sitzen in einer Gemeinschaft dass die Redezeit der Männer die Redezeit der Frauen um ein Vielfaches übersteigt und dass Frauen sich aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich gehen die davon aus es wäre alles anerzogen ja sich dann absichtlich zurückhalten um kein schlechtes wie soll man sagen keinen schlechten Eindruck zu machen so und da wird jetzt von Seiten der Feministen gewettert Mansplanning geht gar nicht und dass Männer Frauen irgendwas erklären und das auch noch umgefragt das würde ja schon mal gar nicht gehen ja und da ist mir doch der Hutschnur beplatz und da wollte ich jetzt einfach was zu sagen und zwar erst einmal und das meine ich auch so wenn ich jetzt hier in diesem Video meine Meinung sage dann werde ich jetzt der Einfachheit halber sagen die Frauen und die Männer damit meine ich nicht alle Frauen und ich meine auch nicht alle Männer aber ich meine den absolut größten Teil der Männer und den absolut größten Teil der Frauen nicht alle aber fast alle damit nehme ich ausdrücklich die Leute raus denen das nicht so ist das heißt also ich weiß ich habe in meinem Kommentarbereich habe ich hier auch einige Frauen die wirklich nicht so sind so und die meine ich auch nicht und auch in meinem Freundeskreis habe ich auch Frauen die sind nicht so aber ich weiß es sind Juwelen es sind Perlen und es ist selten so das erst einmal im Vorfeld gesagt damit sich hier bitte keine Frau auf den Schlitz getreten fühlt die das nicht angeht das ist mir selber ganz wichtig ich hoffe ich habe das jetzt so weit ausgedrückt ich werde es jetzt verallgemeinern auch wenn man es eigentlich nicht verallgemeinern sollte einfach der Einfachheit okay also zurück zum Text die Frauen die Männer die Frauen und sagen hier wir Männer sollen denen nicht die Welt erklären ungefragt das wäre eine Frechheit woher nehmen wir uns eigentlich das Recht den Frauen die Welt zu erklären und dazu möchte ich jetzt mal was sagen oh oh ich merke schon jetzt geht es gleich los also wer da stelle ich mir einfach mal so ein paar Fragen wer hat die meisten Erfindungen gemacht die wichtigen Erfindungen von Bedeutung die Männer oder Frauen gemacht wer hat das Smartphone erfunden wer hat das Auto erfunden wer hat den Strom entdeckt diese scheiß Prothesen braucht kein verfickter fickter fickter scheiß Mensch diese Drecksprothesen wer hat das Kernkraftwerk gebaut wow das habt ihr ja richtig gut gemacht Fukushima herzlichen Glückwunsch danke der Männerwelt für die Atomkraft richtig gut gemacht danke 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 wer wer schreibt die meisten und die schönsten und erfolgreichsten Musikstücke wer macht sowas wer denkt sich sowas aus Männerdenken ja willst du wissen warum weil die Männer und die Frauen eine Verbindung haben und die Frauen die Männer das senden verstehst du denn die Männer setzen das in der Welt in der materiellen Welt um wozu die Frauen nicht in der Lage sind verstehst du die Frauen empfangen die Ideen und geben sie an den Mann weiter der sie dann umsetzt alles klar siehst sowas aus alles klar alles klar hör dir mal brennt das Mühlfalt an das Gesetz der Ehe wenn ich meiner Bücherwand langgehe und nimm mal deine scheiß Brille ab du hässlund oder auch überhaupt ja was soll denn das was soll denn das was ist das für eine Maske wenn ich schon aufreg' sondern mach's nackig ehrlich ich gucke wer schreibt die meisten Sachbücher echt boah weil die ja so wichtig sind weil wer dafür Bäume abholzen müssen damit wir den Scheiß drucken können den eben kein Schwein braucht den sie dann containerweise aus irgendwelchen Missy-Wohnungen rauskornen ja Bücher Bücher vor allem auf Bäumen gedruckt die überhaupt nicht für sowas gemacht sind gedacht sind die überhaupt nicht dafür geeignet sind Papier aus Bäumen zu machen schon mal da drüber nachgedacht dass wir diesen ganzen Müll gar nicht brauchen den ihr erfunden habt weil ihr zu dumm seid uns Frauen zu verstehen ihr Dreckskerle wer schreibt die meisten relevanten wissenschaftlichen Arbeiten braucht keinen Schwein den Dreck es sind Männer es sind perfekte Arschlöcher wer macht die meisten Vorträge im Internet du bist so dumm du bist so dumm in meinen Augen ist das Wichser das ist deine Wichser lecker von wem haben die hat die Trucer Trucer Bewegung oder die Wahrheitsbewegung oder was auch immer die Leute die sich irgendwo informieren wollen die Hintergrundwissen haben wollen von wem haben von den Männern von den Männern die Männer haben die am meisten gelernt sehr froh dass ich deiner Träume deiner Träume im linken Arm ja soll ich das überhaupt nicht machen den Rotz ist es von Männern die sich einbringen oder von Frauen ja die überwiegende Anzahl der Aufklärungsarbeit findet von Männern statt und nicht von Frauen die überwiegende Anzahl von Gedichten die überwiegende Anzahl von Musikstimmen sowohl in der Vergangenheit als auch heute wo sind deine Gedichte wo ist deine Musik ich mache Musik du nicht also bin ich doch was das angeht schon mal mehr Mann als du in deinen Augen hä? Männern gemacht wenn ich durch wenn ich bei uns durch die Stadtbibliothek gehe fang mal zu rappen ihr Dreckskerle ey es sind so gut da darfst du jammern ihr Seifer die nur Männernamen auf den Büchern so und wenn ihr wenn ihr wenn du Männernamen sehen willst dann siehst du auch nur Männernamen du bist voreingenommen in deiner Sicht ja wenn ihr euch an eurem Bücherregal vorbeigeht und etwa reinguckt dann werdet ihr feststellen dass auch die Anzahl der Frauen äh Namen auf den Büchern in der geringsten Zahl ist und das hat nichts damit zu tun Frauen haben so einen Scheiß einfach nicht zu machen alles klar dass äh dass die Frauen jetzt nicht schreiben dürfen dass Frauen jetzt hier keine äh keine Bücher schreiben dürfen oder so sondern das hat ganz weil die das ja alle auch alleine werden machen ne weil ja immer alle denkt dass die Frauen so ticken wie die Kerle hier wisst du was da ist? wisst du was da ist normalerweise unter Frauen andere Gründe und dann bist du nämlich jetzt ganz haarig so und das mögen die ganzen Frauen nämlich überhaupt gar nicht hören und auch willst du mal Haare sehen? ja willst du mal Haare sehen? möchte mal Haare sehen? ja ich muss jetzt schon lachen ja schön wie gesagt es sind nicht alle so ja aber der Großteil der Frauen ist halt so ich kann da nichts für halt hör auf zu schwarzen der Großteil der Frau interessiert sich da halt auch einfach für viele gesellschaftsrelevante Themen halt gesellschaftsrelevante Themen gar nicht halt so und wenn ich jetzt ins Internet gucke halt und ich sehe diese ganzen Schlegvideos halt ich sehe die ganzen Katzenvideos halt ich sehe Aerobicvideos ja ich sehe Nähvideos ich sehe ähm im Gegensatz zu euch jammern wir nämlich nicht auf höchstem Niveau wir machen was wir verschönern die Welt und wenn ein Katzenvideo mich zum Lachen bringt ist es tausendmal mehr wert als deine Drecksfressiger sehen zu müssen alles klar wie mache ich meine Nägelvideos? ja? ja 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 wie sehe ich gut aus? ja meinetwegen weil das doch alles ist auf das ihr die Weiber reduziert wie käm ich meine Haare? die zupfen ja wie rasiere ich mich da unten komplett? ja aber das gibt es auch alles für Männer wie sehe ich meine Augenbrauen? ja musst du mal gucken das gibt es auch alles für Männer was weiß ich wie rasiere ich mir die Arschhaare? ja also das habe ich jahrelang gemacht scheiße sowas das wird von Frauen im Internet produziert und wird kannst du mal sehen kannst du mal sehen wozu ihr uns gebracht habt? angeboten ja absolute Bullshitereien völliger Unfug Dinge die kein Schwein braucht außer die Frauen selber oh und deshalb du bist Bullshit oder was nur weil du keine Frau bist du bist nur für ein Drecksarschloch du bist so dumm du bist so ein elendes Missstück und das alles nur in erster Linie dafür um selber gut auszusehen also auch völlig oberflächlich ja 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 so ist es ja genau so ist es denn wenn eine Frau nicht mehr schön ist ist eine Frau unglücklich alles klar meine Mutter ist so ein elendes Missstück ich oberflächlich völlig dümmlich und 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 absolut schrecklich ja und diese Frauen ja diese fetten hässlichen dummen und nervenden lauten schrillen Frauen die wollen uns Männer hier jetzt erzählen wie gesagt es sind nicht alle so nochmal ganz klar gesagt es sind nicht alle so aber ich hab jetzt einfach Bock mir eine Randgruppe rauszupicken und mal so richtig abzukotzen ja dass ich damit alle Frauen beleidige ist mir scheißegal dass ich mal wieder nichts Konstruktives fabriziert habe ist mir scheißegal dass ich die Welt mal wieder ein Stückchen dreckiger dreckiger und hässlicher gemacht habe ist mir scheißegal ich tue nichts dafür dass es irgendwie schöner wird mach ich nicht sagt Marco aber ich meine jetzt diese genau diese Frauen meine ich jetzt also bitte also bitte oh bitte ich meine doch nicht euch alle ich meine doch nur die andere Hälfte eurer Schwestern weißt du ich mag nämlich die Schwestern die mich immer noch bemuttern und 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 die mich irgendwie irgendwie von denen ich irgendwas haben kann sei es nur dass sie mir irgendwas vortanzen oder irgendwas tolles erzählen oder irgendwas erklären oder irgendwas schenken oder oder mir ein Brot schmieren ja ja ich hab die Kommentare alle gelesen bevor ich mir den Drecksfressen angucken muss ja ich hab alle Kommentare gelesen zum Infarkt bekommen genau diese Frauen wollen uns Männern jetzt erzählen wir sollen die Fresse halten wenn wir was zu sagen haben ja was für eine unglaubliche Brechheit ja 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 halt deine dumme Fresse halt deine dumme Fresse halt deine dumme Fresse halt deine dumme Fresse halt deine dumme Zerstörung bringt wenn ich in die Politik gucke ich sehe nur Zerstörung und diese aktuelle Zerstörung hier die sehe ich von Frauen wer hat denn hier die Politik der letzten zehn Jahre gemacht oder letzten 15 oder gefühlte 300 Jahre was sind das denn für Leute die hier dieses ganze schöne Politik habt ihr gemacht schöne Kriege habt ihr veranstaltet schöne Weltkriege habt ihr entfacht tausende Millionen von Menschen umgebracht seid auch noch Steiß drauf oh ja wir leben in einer beschissenen Zeit ich will es Zerstörung sind das wer ist das du wirst dann auch deinen Schwanz eingezogen haben das kannst du aber wissen das kann sich jeder mal fragen so und wenn ich jetzt höre das fette hässliche dumme laute aggressive Mannsweiber mit Eiern zwischen den Beinen hier mir erzählen wollen hier ich soll die Fresse halten hier da krieg ich zu viel ich sag dir du sollst die Fresse halten ich bin weder dumm noch fett noch hässlich ja du kannst mir nicht widerstehen und ich sag's im Namen aller Frauen Kinder Tiere Pflanzen und halbwegs anständigen Männern dass du das letzte bist ja und sowas will ich von dir nicht nochmal hören und da sag ich auch nee das will ich nicht ich halte auch nicht die Fresse und ich mach gerne noch ein Video für dich ja ich mach für euch alle ein Video für alle und dieses Wort mansplaining ist einzig und allein dafür gemacht die Dummheit solcher Frauen zu kaschieren damit es nicht auffällt dass sie einfach nur strunzendumm sind ideologisch gewaschen nichts im Kopf gar nichts ja also es wird nichts relevantes dazu beiträgt die Gesellschaft besser zu machen so wie du das gerade tust ja total relevant ich mach das gerade ich wandle deine Scheiße die du ja vorhin ergebst in was Schönes wenn das was ihr seht dann streit euch ein nicht wahr ja natürlich haben die auch was im Kopf und sowas lehne ich erst einmal kategorisch ab so und das ist aus Amerika kommt das wieder rüber das ist schlimm das ist immer noch nicht mitgekriegt dass das das 20 Jahre 25 Jahre danach genau hier genauso ist wie da drüben ja wortschöpfen wo es darum geht uns Männern den Mund zu stopfen so wir Männer haben es hier richtig so guck dir mal ein paar Videos einen von mir mit Bernd da wisst ihr ein Sinora um der die Klappe zu halten hat und warum ich niemals ruhen werde bis ich das geschafft habe und ich werde mich niemals unterkriegen lassen ich werde mich niemals unterbuttern lassen weil dann würde ich mir selbst schaden so beschütze ich mich das ist mein Selbstschutz mein Selbst Schutz Schutz ja ich schütze mich Gesellschaft schon schwer genug ja wir haben es überall mit aggressiven Mannsweibern zu tun oh ja oh ja oh ja oh ja und willst du wissen warum weil der Typ keine Typen mehr seid weshalb müssen wir Wahlwahrer das in die Hand nehmen hm ja da hat vorhin jemand geschrieben das ist das ja 99% der sollte Atmossezalles Typen sein ja ja na wir wollen mal sehen die Frauen sind nicht so dumm und machen das die lassen sich die lassen sich wir Frauen sind nämlich keine Befehlsempfänger ja ich möchte mich jetzt mal als Frau dazu zählen als Mädchen wir sind keine Befehlsempfänger jedes innere Mädchen ja auch du hast ein kleines inneres Mädchen Bernd hat ein kleines inneres Mädchen dass er jedes Mal zum Vorschein kommt wenn er nicht wenn er mal wieder das letzte Wort haben will ja mal wieder das letzte Wort damit bin ich jünger und weiblich also hat er die Schnur zu zeigen ich wüsste sagen ja jedes kleine Girl sich nichts lässt sich nichts sagen wir Weiber lassen uns nichts sagen und ihr Typen lasst euch auch nichts sagen es geht darum es freiwillig anzuerkennen es freiwillig zu sehen etwas zu lernen mal ein bisschen Liebe ins Spiel zu bringen denn von dem den du liebst lernst du ja lernen ja nicht gleich dicht machen und blockieren lernen lernen lieben ja gut ja schön dass da mehr Kurbeit rückläufig wird ey ich wüsste jetzt was hier was hier in der nächsten Zeit auf mich zukommt das wird richtig 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 schön richtig nice das Weihnachtsfest tut das am Weltmännertag wird sich über uns lustig gemacht ja durch die Medien werden wir durch den Kakao gezogen als wären wir die Letzten und die Männerrechte sind sowieso sind sowieso am Arsch ja überall irgendwelche Ebanzen die rumwerfen und die die rumpoltern ja weil er einfach mal zum Kotzen seid das ist ja immer zum Kotzen seid das ist ja immer zum Kotzen das ist ja immer zum Kotzen das ist euer Bruder und willst du nicht meinen Bruder selben ja so stellt dein Bruder dir ein Bein dass man nicht mal den Mund aufmachen darf wenn man was zu sagen hat ja bitte wo soll es denn hinführen ja wer hat denn die Gesellschaft dahin gebracht wo sie ist waren das Männer oder waren das Frauen so was ich jetzt sehe na auf jeden Fall waren es wir Weiber denn wir haben dafür gesorgt dass die Gesellschaft bestehen kann wer bringt denn die Kinder auf die Welt das wollt ihr immer noch nicht verstehen oder das wollt ihr immer noch nicht verstehen hier an der Legebatterie Deutschland wo die Eier regelmäßig hinten rausgedrückt werden ja regelmäßig und euch haben sie sie eh schon früher abgeschnitten nee nee das hab ich nochmal in einem Video schon mal erzählt die letzten Jahrzehnte ist eigentlich dass Frauen das ganze Land zerstören und alles wie wird denn Frauen zerstören das ganze Land erst du hier raushaust das ist echt das britische Teufelsküche das kannst du aber wissen das ist eine eine Lüge nach der anderen schämst du dich nicht du musst mal deine Brille abnehmen vielleicht siehst du dann die Scheiße die du fabriziert hast ja wofür andere Generationen mal wirklich gekämpft haben zerstören gekämpft gekämpft haben die gekämpft haben die zersetzen und jetzt wird uns auch noch gesagt wir sollen die Fresse halten aber ich glaube es hat ja endlich mal die Fresse halten endlich mal die Fresse halten einfach endlich mal die Fresse halten war das schön das wäre so schön wenn ihr mal die Fresse halten könnt wenn ihr immer die Fresse halten könnt einfach mal das Maul halten einfach mal die die scheiß Schnauze dicht machen einfach mal die Fresse halten ja die Fresse halten Fresse halten ich glaube es hakt ich glaube es hakt und da nehme ich nur überhaupt gar nichts von du bist bald abgehakt und das musste jetzt einfach mal gesagt werden wie gesagt das geht gar nicht du gehst nicht und jetzt bitte tobt euch unter der Dokumentarfunktion aus Männer bis später